hallo freunde und willkommen zur neuen folge hör mal wer der hämmert mit dabei ist heute wir bauen ein wurm das ist ein gutes thema oder ich glaube ich wollte von worms hast du worms damals gespielt klar klar sagte welches denn haben wir das nicht zusammengespielt also bei dir mal ich weiß nicht dieses ja eines der alt also was jetzt schon älter ist aber damals eines der neuen war warum ist 3d ja das glaube ich das kommt gut hin das war richtig nice der holy grenade ja die ist gut oder mit dem schaf das war schon das ist ein gutes spiel und der scheiß sand hier geht auch immer wieder runter was für sand ja ich bin okay so oh nein und finden darunter rosa beton so was ist denn hier los warum verschwindet das rosa was keine ahnung stein schulker kiste ist auch weg was nie los aber wolle geht na ja toll es wird der beste wurm überhaupt scheiße ja ich weiß nicht war doch der wird gut pass auf wir gleich schon fertig so wie heißen ja ist das wo man wo man sagt also ich will ja die augen und machen du machst tatsächlich im gesicht das sieht aus wie so ein richtiger hier von worms worms ja meins sieht irgendwie doch nicht so toll aus ich bin mal gespannt wie das aussieht also bis jetzt ziemlich scheiße ja vielleicht mit viel fantasie kann man erkennen es könnte ein wurm sein meins hättet mich wirklich ein bisschen an den hier von dem spiel warte mal ne wurm ne ist aber nur ja so ein strich ja eigentlich schon irgendwie keine augen oder keine fühler oben nichts ne doch augen hat er aber die sieht man ja nicht so ja ok hast du noch nie einen wurm gesehen? kommst du aus Stadt oder was? ich komm aus Stadt nein die haben keine augen na wie sollen sie denn sonst gucken? ich dachte die gucken gar nicht ja und wie sollen sie sich dann orientieren? ja die keine ahnung die wurden halt so durch die erde denken sie sich auch ja schön so ah hier kann ich mal lang hier sieht ganz lecker aus ja ok ich glaube nicht dass die irgendwie viel sehen können so bisschen erde verteilen ja dann sieht das echt richtig gut aus bei mir geht es halt auch voll hast du Partikel oder sowas? oh nö einfach nur so ein wurm schnell den Boden noch Gras ändern ha oh jetzt habe ich es aber nice Screenshot ne was? was ist das denn? ein Apfel die Idee ist gut die ist richtig gut ok scheiße da habe ich keine Chance das bekommt ein gut also wirklich das ist echt gut ach Mensch ja das liegt am Namen oh wie nice ist das? ey das ist ein richtig guter Wurm der kommt so aus dem Boden raus und hat hier keine Ahnung Augen und so also amazing ne awesome hier everything is awesome aber der hat ja einen schönen ähm was was hat der? was ist das Rote? der hat noch so so ein Kreis er sieht richtig gut aus hier sieht aus wie ähm Lottie Karotti ja natürlich das ist ein verrückter Hasenrennen Starlord Starlord ist das hier? nein ach so hm wär das Gesicht nicht da könnte man auch denken das ist ja was anderes ja deswegen gebe ich nur ein ok mäh das es schwebt einfach Starlord ist doch der von äh Geheizten aus Guardians of the Galaxy ne? keine Ahnung ich hab den Film nie gesehen was ist denn das für ein Mund? sieht eher aus wie eine Schnecke mäh was ist denn hier los? dein Gesicht noch so ein Dirtpanzer ja ii es regnet es er sieht auch eklig aus komm na mäh außerdem schielt er stimmt trotzdem mäh also wirklich ja deswegen hab ich auch ähm was ist das hier? das ist kein Wurm ne das ist leider am Thema verfehlt sorry das sieht aus wie bei Herr der Ringe ja weil was ist das? verstehe ich das einfach nicht oder so was haben wir hier? oh haben die alle so einen hässlich großen Kopf alter und dann auch so eine Pinocchio-Nase da dran also ne da gäbe ich jetzt echt mal Mice of Bleeding weil das ist echt wirklich das sieht ja Bullshit scheiße aus das sieht aus wie so ein von äh South Park so ein was auch immer hä hatten wir das nicht schon mit dem Apfel? ja das ist dreist geklaut Mice of Bleeding ja bin ich auch ja einfach so die Dänen klauen hier ne so ja nicht schon drüber guckt was ist das hier? boah das sieht alles so richtig eklig aus die sind alle gleich aus dieser Tuck-Fürmer ja komm das gibt mehr von mir ja ne was ist der für ne Fatser hat hier was sind das? sind das die Nasenlöcher? die Nasenlöcher oh shit boah das ist deins ne? oder? ja das sieht cool aus okay das echt das ist amazing der klettert sogar auf so'n Berg drauf aber die haben keine Fühler deswegen nur ein Good sorry ja die Fühler fast nicht ist die gut das ist ja auch gut aber diese anderen würden dann echt hässlich aussehen ja schlimm und? oh ha immerhin nicht letzter aber du bist vor mir oh stimmt aber echt alle die unter uns hatten diese hessischen Würmer gebaut alter ist so was los mit denen könnt ihr keine Würmer bauen oder was gut dann danke fürs zuschauen bewertet das Video und da sehen wir uns beim nächsten Mal haut rein tschüss es bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal